Willkommen bei YouGoTonight Ganz alleine in der Westbahn Zurück nach Hause zu meiner wunderschönen Frau Ja, so ist es wenn man überall arbeiten darf Salzburg Tschüss Zampelten Hallo Haare riechen, oh graue Haare schon Schaut cool aus Es gehört auch zu deinem Haar Ganz leer die Westbahn In unserem Waggon sind höchstens mit mir 5 Personen Und ich hoffe euch geht es gut Heute habe ich gearbeitet von 9 bis 5 Uhr Ja Und jetzt geht es ab nach St. Pölten Ich freue mich schon Morgen wieder arbeiten Ich hoffe ihr habt es frei Ihr könnt eure Wochenende genießen Am Sonntag sollt es mir ergeblich wieder mal schneiden Ja Passt auf euch auf Meidet Menschenmengen Also zuerst war ich im ersten Also im Jadgeschoss dieses Waggons Dann habe ich nach oben gewechselt Da sind Pärchen gekommen Die waren ein bisschen zu nah Also nicht 1 Meter sondern 2 Sitze entfernt Also ungefähr hier Und Jetzt wollte ein Pärchen hier raufkommen Hat mich gesehen und es hat sich entschieden Nach unten zu gehen und unten zu husten Ja Ja Auf jeden Fall Graue Herrchen Schaut aber wirklich cool aus Das sieht man nur als Teil Ja Ich schaue ein bisschen heute müde aus Diese verdammte Corona Corona Gleich ein Gepäck Mit einer Zelda Jacke Unterwegs nach Niederösterreich Ja Wieder mal durchhacken Aber wir brauchen das Geld Ja Ja Meine lieben Zuschauer Die nächsten Tage werde ich nicht mehr so viele Videos bringen Kommt da meine Lane drauf an Vielleicht wenn ich mal von der Arbeit komme Aber nach einer 12 Stunden Schicht Da bin ich wirklich so Lust drauf Und ja Ich wünsche euch einen schönen Abend Falls euch das Video gefallen hat Daumen nach oben Falls euch das Video super gefallen hat Dann abonniert dieses Video Diesen Kanal Nicht dieses Video Diesen Kanal Abonnieren und Glocke an dir Ich hab euch lieb Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal